hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge sims 2 generations so ich habe das jetzt behoben hier das ist kein hässiger fehler mehr sondern es ist jetzt also auf jeden fall ist es jetzt habe ich jetzt so gemacht dass jeder sim das hat also gefext diesen hässlichen fehler dieser schatten fehler dahin da zeit läuft so 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 und zeit läuft wieder so Ups! 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 Dingenslange Zufriedenheit klingt gut! Ups! Ups! Oh mein Gott, jetzt schon! Ups! 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 Achso, das war das vom letzten mal, okay. Ups! 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 War es nicht wirklich im Beruf? Ups! Ups! Unten gibt es auch noch Stühle. Ups. Mache ich jetzt mit Absicht schneller. Hör auf dich zu beschweren und setz dich jetzt mal woanders hin. Hier. Das ist auch noch eine Sitzmöglichkeit. So. 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 Das war's für heute. So, es hat wieder geklingelt. Sieh mal bitte andere Klamotten an. Was könnten wir jetzt noch lernen? Ups! So! 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 Ist ihm ausgeregt Ah, nie Affe! Der Teddybär schaut zu! Ich dachte mir hätte den Computer schon wieder angelassen Ich endlich Beişt! Herr Schlebherrö! Peter, ich habe ihn gewinnt! Ich werde den Druck auspacken! Oh, man. Okay. Komisch. Schneid schon wieder so viel. Das ist doch ein bisschen Schnee. Wir im Schnee spielen. Ich meine, warum denn nicht? Ja. Ja. Ich glaube, bevor die das macht. Ja, ich werde es mir merken. Ich werde es mir mal wiederwinden. Ich werde es nicht mehr so viel zu tun. Ich werde es nicht mehr so viel zu tun. Ich werde es nicht mehr so viel zu tun. Ich werde es manchmal zu tun. Was ist denn hier? Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Oh, das ist so schön. Lass uns das weglegen. Esst einfach, bitte. So. Ähm. Morgen hat sie wieder Schule. Da müssen wir alle alles aufgefüllt haben. Lass uns das weglegen. Rums-Nash-Navad? Rums-Nash-Navad? So... concentration of five people Das war's. ир gamm29 web ger web 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 Der Vater ist schon in der roten Zone, sonst geht er jetzt nicht für die Anderen. Was wollen wir noch machen, bevor Schule losgeht? Lass doch noch ein bisschen lernen. Schadet mir. Hm. Ich hab die Zeit jetzt mit Absicht nicht gestartet. Dam, 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 dam. Ist da auch Wasser drin? Äh, Schnee? Ja. Wieso ist da Schnee drin? Ja. 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 Was ist noch, please, please, please? Nein, doch! Gut. Ja, der fährt einfach mit offener Tür, das kennt man. Irgendwo tropft's. Da ist der Fall. Da ist der Fall. Und gehst du mit der... Hä? Einmal durch die Garage. Ja, schön. Ja, klar. So, nur mal ein Magen schreien. Da ist der Fall. 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 Wenn die Schule fertig ist, soll sie dann gleich dahin ins Haus gehen. Dann kältet die sich noch. Hm? Ähm... Danke. Warum kriegen wir keine Eins? So, die eine Stunde können wir noch warten. Ja. 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 Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Ansehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.